Musik Herzlich Willkommen zur nächsten Folge der DojaGate Kid Serie Heute spielen wir mit dem Kid Gambler Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich gerade hyped Ich habe die letzten Tage wirklich kein HG gespielt Weil ich einfach nicht mehr so Bock auf HG hatte Aber das brauche ich auch ab und zu in meiner 4 Tage Pause Um dann wieder normal HG spielen zu können Aber auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hyped Nämlich, ihr seht es schon, wie ich mit dem Kid Gambler Und was das Kid Gambler macht, kann ich euch erzählen Nämlich ist es als Gambler so, dass ihr verschiedene Effekte und halt auch andere Sachen bekommen könnt Indem ihr diesen Holzkopf gedrückt Zum Beispiel habt ihr gerade gesehen, dass wir Jumpless 4 bekommen haben Man kann aber auch zum Beispiel Full Gear bekommen, wenn man viel Luck hat Stärke oder andere Effekte Jetzt haben wir, oh mein Gott, Abbaulähmung Jetzt müssen wir 18 Sekunden einfach warten, weil wir nichts machen können Genau, und wie ihr es schon gesehen habt Gibt es leider nicht nur positive Effekte So geil ist es nämlich auch nicht Nämlich gibt es auch negative Effekte Wie zum Beispiel Abbaulähmung, Slowness Oder mit einer sehr geringen Chance sogar auf Instant Death Das heißt, ihr sterbt einfach instant, wenn ihr den Kraft drückt Ist aber ziemlich selten Okay, dann holen wir uns erstmal etwas Horst Okay, die fighten wir zwar, aber Sorry Jungs Oh, wir haben eine Pilzquie gespawned das ist auch eine sache die möglich ist aber wir haben die jetzt umgebracht ausgesehen, damit er nicht liefeln kann. ok, perfekt, Yamin. Ah, keiner will fighten, alter. Jeder will schießen. Aber Jungs, man kann halt nicht immer schießen, deswegen greifen wir jetzt aber Noah an. Ok, jetzt, ja ok, perfekt da irgendwie. Stomper oder so wahrscheinlich, er hat keinen Folter mit Schmucker. Freunde, er hat uns mit Speed-Up geworfen. Ok, GG. Fighten. Neeeeee, da würde ich gerne weggehen. Oh Gott, er hat einen Lava. Er hat einen. Ok, er hat ein halbes Herz, GG. Ok, er macht den Ronieren dann. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er einen Raum geflacht haben, wenn er auch noch passen am Start. Aber wir versuchen das hier nicht. Als als amPCump wurden, ist das hier wirklich Germans школ. Und was fühlt man der Benut, das Berger sieht einfach sicher. Okay, ich habe einen ReGeneration bekommen, ist ziemlich gut. Deswegen habe ich aber mal den glas occurred. Ich habe vielleicht auch den Glaskasten abgestimmt. Weil er meinen443-B urged hier. Was ist das? Oh Gott, wir haben Abbaugebung. Das heißt, ich glaube, wir können ihn auch nicht langsamer finden. Ja, sieht so aus irgendwie. Oh Gott, wir werden das hier in dem Pack eklig. Ich kann das nicht erkennen. Wie viel Herzen, schade. So unser Wasser immer ist weg. Oh, ich kann mich auch nicht schnappen. Okay, seine Buuzen kaputt. Okay, wir können endlich wieder sprinten, Alter. Oh Gott, da sind wir auch wieder fast gestorben. Da bin ich auf dem User-FX-Abtest an. Na komm, stirbt doch einfach. Nein, you got slowness. Okay, wir haben den V-Troft bekommen, glaube ich. Die Herzen ist ein Teil des V-Trofts. Okay. Okay, Jungs, schade macht man nichts. Ich konnte die Herzen echt nicht wirklich erkennen. Aber trotzdem hoffe ich, ich konnte euch das Kit noch vorstellen. Damit, tschau und abonniert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.